So, jetzt lockt die mal an. Hallo. Ah, jetzt kommt auch noch die hin. Gut, das scheint zu funktionieren, dann schwäch ihn mal, du, brenn ihn mal. Das war schon mal viel Schaden. Ähm, gut, du, Yurahalm. Hm, Stoß bringt mir grad nichts. Okay, das ist ein harter Kampf. Einmal pro Begegnung. Einmal pro Begegnung, einmal pro Rast. Was haben wir beide denn? Das klingt nicht schlecht. Hau den mal ordentlich. App macht den. Oh. App sieht jetzt selber nicht so, dass ich gut ausweiten. Die. Himmelsklinge. Auf sie schießt. Drei. Verweg. Nicht aus der... Defense rennen. Okay. Hm. Der Ansatz ist gut. Mach mal das hier aus. Um mich selbst verteidigen, gut. Hier ist es auch eng. Vielleicht können wir hier jemanden reinboxieren. Ich habe es. Was ist denn? Schön wäre es, wenn ich fallen hätte, in die ich den Gegner locken könnte. Oder dass ich wenigstens nur die beiden anlocke. Oder die drei. Zwei super Angriffe und meine Gruppe ist schon halb tot. Ich sehe diese Resoluten Klingen. Da sieht man, sie stecken einen Haufen ein und teilen einen Haufen aus. Aber der Ansatz mit der Barrikade hier ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich werde dir helfen. Wie wäre es damit? So, du brennst. Du brennst gut eigentlich. Barrik, Schwächen. Du Barrik-Hein und du... Gut. Du hältst sie. Du machst noch einen Raureifstachel auf den. Barrik. Wenn nicht, dann benutze ich mal die Ultima. Barrik. Okay. 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 Ja, alle werden geheilt und die werden schon ziemlich schwer verletzt. Gut. Gut. Du versuch den mal zu begraben. Wir versuchen da hinten den loszuwerden. Barrik, zieh den mal auf dich. Du gehst nicht woher. Äh. Gut so. Weit so gut. Du Barrik-Hein. Du schwechst seine Rüstung. Du schwechst seine Rüstung. Du schwechst seine Rüstung. Ja. Wow. Barrik sieht nicht gut aus. Du bist grad mal nur verletzt. Du schwechst den auf dich. Du schwechst seine Rüstung. Du schwechst seine Rüstung. Du schwechst seine Rüstung! Wie gesagt, die Resoluten Klinge sind verdammt schwierig zu töten. Das Problem ist schon alles mögliche auf ihn zu töten. Das heißt, noch mehr Magie? Das war echt schlimm. Und vor allem, wir haben da noch zwei Gegner vor uns und sie ist jetzt richtig angeschlagen. Sie ist zweimal verwundet, Berwick ist nur einmal verwundet. Aber ja, bei solchen Kämpfen muss ich echt Ultimas raushauen. So. So. Oh Gott. Achso, das ist noch gar nicht. Das ist Eisenschlag, brauche ich nicht. Ich will einfach nur den da loswerden. Ganz schnell. Ich habe es. Ich kann nicht mehr schlafen. Der zum Problem wird. Du als Lührer, du machst einen Eisstachel. Du, das. Das war gleich mal so schlecht. Das Lührer ist wie Nippeln auf Männern. Du siehst es. Das Lührer ist wie Nippeln. Das Lührer ist wie Nippeln. So, was ist das? Ein Händlerhund. Mhm. Wow. Schwerer Lederhelm. Das ist mal cool. Sorry, Kat. Und dann muss ich nur noch den Rest loswerden. Da sind glaube ich nur noch zwei Gegner. Hier ist ein Bronzebarren und Alchemistenzutaten. Oh, und Barrack Level up. Äh, ein Hand Waffen. Lebenspunkte wären nicht schlecht. Das hier könnte ich auch mal boosten, weil... Minus ist immer schlecht. Magieverteidigung vor allem sollte wenigstens auf Null sein. Aber erst mal Leben auf 14. Und Wächterpunkt. Geht. Hm, krachendes Eis und... Äh, das. Gestandener Veteran. Kampfbindung für Berwick. Das ist auch nicht schlecht. Das, da brauche ich auf jeden Fall alle beide. Boah, das ist auch gut. Ich verbessere aber mal... ...das hier. Bei krachendes Eis setzt er oft ein, weil er ja spottet. Und damit... So. Da wären Rastvorräte, Wasser und Heiltrank. Ja, ich weiß, dass ich genug Rastvorräte schon habe. Die Plünderer machten sich die Umgebung zu nutzen, um ein Lager zu bauen. Diese Note... Diese Note auf die KZ besteht aus einer riesigen, aus verschiedenen Stoffen zusammengeflickten Decke. Die zum Teil von aus der Erde lagenden Felsspitzen gestützt und hochgehalten wird. Ja. Was haben wir hier für zwei? Einen Waffengenossen und noch einen Waffengenossen. Also... Nicht gerade das Stärkste. Und was dabei zu bieten hat. Oh. Diesmal habe ich Anstieg des Ruhms nur auf Berwick gewirkt. Egal. Ich bin nicht... So. Berwick, du schmeckst den gleich mal. Epp und ich tun ihn ein, Friedrich.